Ja, Hallihallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft Dragonflight in der Version 10.1.7. Wir sind hier auf den Dracheninseln, Ebenen von Onara. Hier befinden wir uns und sind hier bei Jäger Yada mit der Quest der Jagde und die Jagdgefährliche Wildtiere mit Taiwan, um zu beweisen, dass er würdig ist, ausgebildet zu werden. Wir bekommen 28 Gold, 9 Silber und Zentauren ruft der Maruk. So, lasst uns loslegen, Junge. Jagdgefährliche Wildtiere. So, erste Weg. Komm Taiwan, ist Alarm. Ich habe eine MD hier. So, vier von fünf. Und fünf von fünf. Und der Jagdhund ist bereit zum Abgeben. Also, bei Jäger Yada, wir bekommen das Gold, den Ruf und die Quest der Jagdhund ist beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.